So, ich versuche hier gefühlt in einer Runde alle Aufgaben zu machen. Jetzt bin ich hier bei der nächsten Aufgabe, nämlich etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe von Camp Cuttle, Shunky und was ist das nächste? Am Speedway. Wir sind hier am Camp Cuttle, kurz vorm Ende, es leben nur noch neun Gegner, aber mir geht es ja erstmal darum, für euch die Aufgaben zu machen. Ihr seht es wieder an der Minimap, einfach hingehen, ich hoffe uns snipet jetzt hier keiner. Zack, so haben wir die Aufgabe auch schon geschafft. Hört gut zu. So, damit haben wir die Aufgabe auch geschafft. Ich setze mich natürlich wieder zur nächsten Aufgabe hin. Ihr seht schon, in der Runde kriege ich es anscheinend nicht hin. Also setze ich mich wieder dran, nächste Runde, wenn ich euch hiermit schon weiterhelfen konnte, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns auch schon in der nächsten Aufgabe und haut rein.